Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch ein geht's gut. Ihr seid alle gut in die neue Woche gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 33.500 US-Dollar, also danach hingehend sind wir nicht gut in die neue Woche gestartet. Wir haben mittlerweile sechs rote Weekly Closes hinter uns. Die siebte Woche startet auch erstmal rot. Wie weit oder was jetzt vor allem diese Woche noch interessant werden sollte oder könnte, schauen wir uns in dem heutigen Video an. Ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video auf jeden Fall einen Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet. Ansonsten, wie gesagt, momentan haben wir ungefähr 33.500 US-Dollar. Wir sehen hier, wir hatten heute Nacht nochmal einen leichteren Abverkauf, nochmal in die Region von knapp 33.000 US-Dollar. Damit hätten wir jetzt auch fast hier drüben dieses Stop-Losses vom 24. Januar aus dem Markt genommen, aber noch nicht ganz. Ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall noch Luft bis ungefähr 32.800 US-Dollar. Und dann ist es auch wirklich nicht mehr weit. Also wir haben, ich kann mich noch gut an diese Phase erinnern, das war die Phase, wo ich einfach diesen kompletten Run hier geshortet habe nach oben hin. Und da habe ich auch schon mal drüber geredet, früher oder später wird dieser Kurs hier wieder runterkommen. Wir waren noch nicht bei den 29.900 US-Dollar. Hier unten haben wir noch 1, 2 Voids, die möglicherweise noch gefüllt werden könnten. Vor allem hier dieser Bereich bis ungefähr 32.300 US-Dollar, das ist jetzt so der Bereich, den ich jetzt erst einmal im Blick habe. Danach kommen wir erstmal in ein bisschen Support bis ungefähr 31.500 US-Dollar und danach sieht es dann übel aus und dann sehen wir die 30K. Also das ist jetzt erstmal kurzfristig, sag ich mal, die Ziele, die ich anvisiere, außer wir kriegen jetzt hier wirklich mal einen Reversal rein. Also wir haben den RSI sehr, sehr weit unten mittlerweile, immer noch bei 22, keine Anzeichen von irgendwie einer größeren Erholung. Wir haben eine minimale Bullish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Aber ansonsten befinden wir uns einfach klar in einem Downtrend. Volumen, nachdem wir hier am, ich glaube am Freitag war es, ja 5. Mai, nach unten hin ausgebrochen sind, oder Donnerstag. Seitdem nimmt das Volumen ein bisschen ab, wir kriegen aber auch kein richtiges Kaufvolumen rein. Ihr seht jetzt hier, wir hatten hier mal eine schöne grüne Candle im Endeffekt, aber die dann sofort mit der nächsten, die deutlich, deutlich weniger Volumen hatte, sofort wieder abverkauft wurde. Das heißt, die Bären haben einfach momentan die Kraft, sag ich mal, den Kurs nach unten zu drücken, wie sie wollen. Was mich noch ein bisschen wundert, ist vor allem die Funding Fees, die teilweise immer noch positiv sind. Das wundert mich ehrlich gesagt, also es wird immer wieder versucht, bebiegen und brechen, hier den Kurs immer nach oben hin zu treiben. Trotzdem gilt hier momentan einfach ein bisschen Vorsicht. Also wie gesagt, die 32K oder 33K, ob die halten, ist fraglich. Ich sehe uns eher sogar jetzt Richtung hier Monats-S2 in Richtung 31.000 US-Dollar. Wenn wir da nichts halten, dann auf jeden Fall die 30K und wenn wir da dann wirklich drunter gehen sollten, ja dann befinden wir uns im Bärmarkt. Also ganz ehrlich, dann switche ich auch ein bisschen langsam um, ob wir dann wirklich nicht mehr in einem Bullenmarkt sind oder in einer überdimensionalen Seitwärtsphase. Wir können uns jetzt gerade gerne mal die höheren Timeframes angucken, vor allem auf dem Daily. Auch hier der RSI mittlerweile am überverkauften Bereich bei 30 angekommen. Hatten wir zuletzt hier im, was haben wir denn hier, 24. Januar, das war auch hier diese Kapitulationskerze, wo wir unter den 30er RSI waren. Ansonsten müssen wir schon echt sehr weit, also im Dezember waren wir dann mal hier oder letztes Jahr im Mai und seitdem eben nicht mehr. Also das heißt für mich langsam, okay, entweder, das ist jetzt so, entweder jetzt oder nie, wann sollte der Kurs sonst drehen? Also 30K wäre dann schon wirklich hier das Worst-Case-Szenario momentan, ansonsten sind wir ja sowieso im Bärenmarkt meines Erachtens dann langsam nach. Aber gut, müssen wir jetzt mal schauen, ob wir hier jetzt im Laufe des Tages wenigstens mal hier ein bisschen Kaufvolumen oder Buyvolumen hier reinkriegen. Von den Daily Candle, zeige ich jetzt mal hier unten, ist auch wenig, wenig Volumen reingekommen. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz nach dem Weekly, einfach mal um die höheren Timeframes, ob wir da noch irgendwas Bullisches sehen, damit ich meine Hoffnung am Bullenmarkt noch ein bisschen am Aufrechterhalten kann. Nicht Spaß. Also auch hier sehen wir sogar noch ein bisschen mehr Abverkaufsvolumen ist hier reingekommen jetzt zuletzt, vor allem auf dem Weekly-Chart kommt jetzt so langsam eine Steigerung ein, dass wir hier zumindest größeres Abverkaufsvolumen sehen als zuvor. Aber ansonsten ist es natürlich nicht zu vergleichen hier mit unserem ersten Peak, den wir hatten, wo enorm viel Kaufvolumen damals reingekommen ist. Auch hier RSI mittlerweile bei 37, aber auch ansonsten gibt es da, sage ich mal, wenig zu sagen. Klar, wir könnten jetzt sagen, okay, wir bilden hier so, wenn wir jetzt noch ein Lower Low bilden, hätten wir auch hier eine Hidden Bullish Divergence. Aber gut, es ist alles noch ein bisschen zu früh, da müssen wir jetzt noch ein, zwei Wochen abwarten. Wir sind unter den Ribbons, Abverkaufsvolumen steigt langsam, also die Woche könnte wirklich interessant werden, auch je nachdem, was Putin heute noch sagt. Aber gut, so weit wollen wir jetzt nicht eingehen, kurzfristig, wie gesagt, 31k ist auf jeden Fall drin. Und schauen wir uns nochmal Ethereum an, auch hier, wir sind unter das Golden Pocket gefallen. Das 0786er gibt uns minimalen Support, also auch hier sind wir mittlerweile durchgefallen. Monats S1 angetestet, kleiner Bounce gesehen, aber auch hier kein signifikantes Kaufvolumen reinbekommen. RSI auch hier im überverkauften Bereich mittlerweile. Aber gut, wir haben auch hier noch ein bisschen, sage ich mal, mehr zu füllen. Also ihr seht hier unten, bis in den Bereich von 2.159 US-Dollar haben wir immer mal noch so ein paar krassere Pumps oder höhere, steilere Pumps, die zu füllen wären, immer noch. Mittlerweile haben wir auch ein tieferes Tief gebildet, also sehen wir auch hier dieses Tief hier drüben, was eigentlich signifikant war, wurde jetzt auch durchschritten. Auch hier können wir mal ganz kurz einen Blick auf die höheren Timeprames fragen, ob es hier irgendwas an sich gibt, wo überhaupt noch Bullish ist. Wie gesagt, Monats S1, überverkaufter Bereich. Im RSI, das sind so momentan die einzigen Anhaltspunkte, die wir sehen. Ansonsten würde ich hier einfach komplett Abstand nehmen. Ich persönlich kaufe Spot momentan oder fange jetzt wieder an, ein bisschen mehr zu akkumulieren. Aber Traden, wie gesagt, echt ein bisschen vorsichtig. Cardano auch mit der nächsten Abverkaufswelle jetzt mittlerweile bei 70 US-Dollar sind. Aber gut, ich glaube, das war sogar der alte Chart. Nach unten haben wir halt auch noch nicht mehr viel Support hier zu finden. Nächster Support ist eigentlich dann hier die 0,57. Ob wir die sehen, fraglich. Aber ansonsten halte ich einfach Abstand von diesen Altcoins oder je nachdem, wie man es nennen will. XRP gibt mir ein bisschen mehr Hoffnung. Hat sich eigentlich relativ gut stabilisiert, muss man schon ehrlicherweise sagen. 4 Stunden Bullish Divergence Volumen. Sieht man hier schon, nachdem es hier echt wirklich kaum wirkliches Volumen gab im 4-Stunden-Chart, sehen wir jetzt hier langsam so einen kleinen Hügel. Also das heißt, ein bisschen mehr Volumen kommt rein, auch wenn es ein bisschen mehr noch Abwärtspotenzial nach unten hingibt. Und vor allem, was ich hier im Blick habe, ist hier unten dieses kleine, ich sage jetzt mal Gap in Anführungszeichen, Void. Bis in den Bereich von 0,53. Das wäre jetzt so die Möglichkeit, die ich sehe, dass wir hier auf jeden Fall nochmal runterkommen. Diese Liquidität hier unten abgrasen. Und dann möglicherweise einen schönen Bounce nach oben hin sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ansonsten wirklich ein bisschen vorsichtig sein mit Altcoins. Was mich noch ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, angepisst hat. Sorry, ich bin das mal einfach so ehrlich und sage das jetzt einfach mal. Luna, wir hatten hier unten noch eine schöne 1-Stunden-Demand-Zone. Und wie ich es mir halt gedacht habe, dachte ich mir so, okay, ich lege mir meinen Kurs auf 59 US-Dollar. Eine Order, ja, und Luna dreht einfach hier 33 US-Dollar, sendet ein bisschen eher. Ja, könnte ich kotzen, aber gut, das wäre ein nicer 12% Bounce gewesen. Aber gut, warten wir jetzt erstmal ab. Ansonsten, die Order habe ich jetzt mittlerweile wieder rausgenommen. Einfach aufgrund dessen, nachdem der Markt einfach wieder abwärts orientiert ist, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer kommen. Auch weil wir hier unten nochmal eine kleinere Demand-Zone im 52er-Bereich haben. Aber vor allem dieser Bereich um 56, 58 auf jeden Fall mal einen Blick behalten. Ansonsten schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Google formt Web3-Team aufgrund enormem Potenzial. Ja, Web3 ist auch so ein Thema. Habe ich, glaube ich, viel zu wenig mit. Beschäftigt. Aber Google mischt da jetzt auch mit. Schauen wir mal, was die noch so vorhaben damit oder was das Team dann so in Zukunft damit machen will. Noch mehr Überwachung, noch mehr Werbung verkaufen. Nice, I like Google-Aktien. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, wenn sich der Markt ein bisschen beruhigt hat, lasst auf jeden Fall einen Kommentar unten da. Oder wenn ihr irgendwelche sonstigen Wünsche habt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich freuen. Ansonsten abonnieren, liken, Glocke aktivieren. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und ich würde sagen, ciao, ciao und stay crypto.